Ja meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem leckeren Kanal. Heute zeige ich euch ein klassisches vegetarisches Rezept aus Norden Chinas. Das Gericht heißt Die Sanchen. Übersetzt bedeutet es in etwa drei Schätze aus der Erde. Und damit sind die drei Hauptzutaten, Aubergine, Kartoffel und Paprika gemeint. Das Gericht ist sehr einfach zu kochen und schmeckt mega lecker. Ihr könnt es zusammen mit Reis als Hauptspeise servieren oder auch als Beilage zum Fleisch. Und wer so gar nicht auf so ein Fleisch verzichten möchte, der kann natürlich noch ein bisschen Fleisch kleinschneiden und mit reingeben. Und nun viel Spaß beim Rezept. Wie schön in Wien braucht ihr für dieses Gericht drei Hauptzutaten. Das sind eine Aubergine. Wenn ihr die hellere, längliche Aubergine kriegt, dann nehmt die. Ansonsten geht auch die dunkle Aubergine. Zwei mittelgroße Kartoffeln, festkochend, circa 350 Gramm. Und eine grüne Paprika. Dann noch ein Stück Ingwer, eine große Knoblauchzehe und eine Lauchzwiebel. Nun schneidet ihr zuerst die Aubergine in großen Stücken. Dabei verwendet ihr den sogenannten Rollschnitt. Also rollen bzw. drehen, schneiden, dann wieder rollen und schneiden. Die Auberginenstücke in eine große Schüssel geben, mit ein wenig Salz bestreuen und zwei Esslöffel Speisestärke hinzufügen. Alles gut vermischen bzw. die Aubergine darin wälzen, sodass jedes Stück mit Speisestärke bedeckt ist. Das ist wichtig, damit sie später beim Frittieren knusprig werden und auch nicht zu viel Öl einsaugen. Sonst wird das ganze Gericht zu fettig. Zur Seite stellen und mit den anderen Zutaten weitermachen. Die Kartoffel schälen und ebenfalls den Rollschnitt anwenden und so in kleineren Stücken schneiden. Die Paprika waschen, entkernen und auch klein schneiden, in ungefähr quadratische Stücken. Den Knoblauch schälen und klein hacken. Die Lauchzwiebel waschen und ebenfalls klein schneiden. Den Ingwer könnt ihr fein reiben oder auch klein hacken. Wer keinen Ingwer mag, kann es auch weglassen. Jetzt wird frittiert. Dafür genügend Öl in einen Wok oder Topf geben. Ich habe hier ein Liter Rapsöl verwendet. Zuerst die Kartoffel reingeben und bei mittlerer Hitze 15 Minuten lang frittieren. In der letzten Minute die Temperatur hochdrehen, sodass die Außen noch ein bisschen goldbrauner werden. Dann rausholen, auf einem Küchenpapier legen und das Fett abtropfen lassen. Nun ist die Aubergine dran. Inzwischen hat sie auch ein bisschen entwässert. Da geben wir noch einen Esslöffel Speisestärke dazu und gut vermischen. Beim Auberginen frittieren sollte das Öl gut heiß sein, sprich ca. 180 Grad. Die Auberginenstücke also bei hoher Hitze für ungefähr 8 Minuten lang frittieren, bis sie gar und auch knusprig sind. Danach rausholen und ebenfalls abtropfen lassen. Als letztes wird die Paprika auch kurz frittiert, für 2 Minuten. Nach dem Frittieren könnt ihr das Meisteröl in einen Schüssel kippen zum Abkühlen. Das kann auch nochmal benutzt werden. Ein bisschen Öl aber drin lassen und anschließend Knoblauch, Ingwer und Lauchzwiebel reingeben. Kurz am Braten. Mit 300 ml Wasser ablöschen und würzen mit einem halben Teelöffel Salz, 2 Esslöffel heller Sojasauce, 1 Esslöffel dunkler Sojasauce, 1 Esslöffel schwarzer Reisessig, 2 Teelöffel Zucker und einem halben Teelöffel Gemüsebrühe. Die frittierten Kartoffeln, Auberginen und Paprikastücke dazugeben. Umrühren und ein bisschen in der Soße köcheln lassen. Dann 1 Teelöffel Speisestärke mit wenig kalten Wasser verrühren und die Soße damit andicken. Noch ein paar Mal umrühren und fertig ist dieses leckere Gericht aus 3 Schätzen. Das gibt 3 bis 4 Portionen. Schön auf einem Teller einrichten und wer mag, kann auch noch ein bisschen Sesamkerne drüber streuen. Mh, yum, yum. Ich hoffe sehr, dass euch mein Rezept gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Also dann, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!